Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von kurz nachgefragt hier bei Fairtalk TV. Ich freue mich heute sehr über meinen Gast Axel Burkhardt. Hallo Herr Burkhardt. Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sie sind Diplommathematiker, Diplominformatiker, aber Sie arbeiten als Geisteswissenschaftler. Das müssen Sie mir erklären. Ja, das Spannende ist ja, ich habe Mathematik studiert und habe während des Studiums eigentlich nie gelernt, was Mathematik ist, vor allem, dass die Mathematik eine Geisteswissenschaft ist. Also Mathematik ist keine Naturwissenschaft. Das ist ganz spannend und deshalb liegt auch so viel Geheimnis in der Mathematik, weil der Physiker braucht die Mathematik. Also ein Physiker kommt ohne Mathematik nicht aus, aber der Mathematiker braucht keinen Physiker, weil der Raum, in dem wir uns, wenn wir Mathematik betreiben, bewegen, ist ein geistiger Raum. Also Zahlen und geometrische Figuren gibt es nur im Geistigen, weil es gibt auf der Erde keinen einzigen Kreis, weil ein Kreis hat eine, also eine Kreislinie hat die dicke Null und die gibt es in der Materie nicht. Wir arbeiten aber ständig damit. Das heißt, der Mathematiker hat eigentlich nur mit geistigen Objekten zu tun. Das ist eine reine Geisteswissenschaft. Ja, sehen Sie mal, jetzt verstehe ich auch, warum ich in Mathe eine 5- damals hatte, weil Mathematik immer etwas war, was mich komplett überfordert hat. Also die Schulmathematik war etwas, das war für mich immer der Untergang. Also ich habe mich da durchgequält irgendwie und mein absoluter Tiefpunkt war, dass mein Mathelehrer mir eigentlich Nullpunkte geben wollte. Das hätte aber bedeutet, dass ich mein Abitur nicht bestehe. Er hat sich dann auf einen Punkt eingelassen und mich aber dennoch in dem Gespräch gefragt, was wäre denn jetzt, wenn ich mathematischer Journalist werden würde? Und ich musste ihm versprechen, dass ich das nicht werde. Was immer das ist. Was immer das ist. Dann wollte ich Sie fragen, was haben Sie für einen Lehrer gehabt? Ich habe ein Volontariat gemacht, war im Radiosender. Nein, ich meine die jetzt während der Schule, weil es liegt eigentlich am Lehrer. Wenn der Lehrer nicht in der Lage ist oder die Lehrer oder Lehrerinnen, dem Kind die Freude an der Mathematik zu wecken, weil das ist eine unglaubliche Freude, dann verliert man die Lust dran. Und wenn man in der Anfangszeit der Mathematik etwas versäumt, dann kommt man auch nicht mehr nach und dann ist es nur noch Frust. Ja, das liegt halt daran, dass das halt sehr starren, wie soll ich sagen, Regeln folgte. Man war halt, also es hat einfach keinen Spaß gemacht. Also ich habe gelernt, dass nur, also das Hirn braucht sozusagen als Treibstoff eben Begeisterung. Und wenn es keine Begeisterung hat, dann funktioniert es auch nicht. Und da es eben einfach nur ein Abfragen war und unter Druck stattgefunden hat, sprich, du gehst jetzt mal an die Tafel, rechnest das aus und ich wusste, die ganze Klasse lacht, hat es nicht funktioniert. Es liegt nie an der Mathematik, es liegt nur an den Pädagogen. Herr Burkhardt, wir wollen heute nicht weiter über Mathematik sprechen. Sie haben quasi eine Holiversität gegründet im Laufe der Jahre. Das ist eine Universität für, ja für was eigentlich? Ja, für Geisteswissenschaft primär. Und ich habe den Namen Holiversität gewählt, weil es ja um eine völlig freie geistige Lehreinrichtung geht, die unabhängig ist von Staat und Wirtschaft und irgendwelchen Einflüssen. In dem Moment, wo man versucht, eine private Uni zu gründen, dann muss man ja wieder entsprechende Kompromisse machen. Deshalb habe ich diesen Begriff gewählt. Die Universität ist ja die Ganzheit, Entschuldigung, ja die Einheit der Vielfalt und die Holiversität ist die Ganzheit der Vielfalt. Im Grunde genommen ist das dasselbe und ich habe dann gesagt, ich fange an, das zu unterrichten, was mir auf der Seele brennt. Und wir fangen an damit und der erste Studiengang hat letztes Jahr schon abgeschlossen. Es geht um Geisteswissenschaft und zwar im ersten Studiengang Erkenntniswissenschaft. Aber jetzt erklären Sie doch mal der Community, so wie mir auch letztendlich. Also was ist der Profit davon? Also was lerne ich dort? Wieso brauche ich das auch gerade jetzt möglicherweise in diesen turbulenten Zeiten, in denen wir stecken? Ich bringe dann immer das Beispiel von einem Kind, das in die Schule kommt und lernt Grammatik. Und dann frage ich immer, wieso lernt das Kind Grammatik? Das kann doch schon, wenn es aus dem normalen Elternhaus kommt, das kann doch schon Grammatik. Warum lernt es Grammatik? Warum lernt es? Das kann es doch schon. Das heißt zwischen dem Können und dem dann noch einmal Lernen, um es bewusst zu beherrschen. Dass ich bewusst die Regeln der Grammatik kenne, ist was ganz anderes. Weil mir das dann auch mehr Selbstbewusstsein gibt? Ich kann es nicht bewusst beherrschen. Das Kind lernt es ja unbewusst über die Nachahmen. Es kann es. Aber es kennt die Regeln nicht im Bewusstsein. Es lernt nicht die Gesetze der Grammatik. Es kann zwar die Grammatik. Deshalb müssen wir unterscheiden zwischen Können, was unbewusst gelernt ist. Auch ein Hund kann alles. Aber der Hund ist sich nicht dessen bewusst, was er kann. Da fängt ja das Menschsein an. Das heißt, wenn ich jetzt bewusst Grammatik lerne, kann ich auch bewusst Sprachen lernen. Ich kann bewusst mit den Gesetzen der Sprache umgehen. Deshalb lernt man das dem Kind. Wenn das Kind in die Schule kommt, kann das Kind auch denken. Es kann auch logisch denken. Aber es lernt in der Schule nie, wie in der Grammatik die Gesetze des Denkens oder die Gesetze der Logik. Das lernt man ja später in der Mathematik. Da muss man es lernen. Oder im Philosophiestudium. Das heißt, warum lernt das Kind nicht in der Schule das Denken? In dem Sinn, dass man ihm das Denken bewusst macht, damit es das Denken beherrschen kann. Das klingt jetzt sehr theoretisch. Das hätte aber dann quasi, wenn ich Sie richtig verstehe, das wäre eine ganz andere Schule. Und ein ganz anderes Schulsystem. Na ja, fangen wir mal damit an, dass früher, also vor 200, 300 Jahren, 150 Jahren in den Schulen ganz normal Logik gelernt wurde als Pro Bedeuticum. Das war normal. Das wird heute nicht mehr gemacht. Das heißt, wir haben einen Rückgang in der Kultur, in dem, was früher höhere Bildung war. Das heißt, die logische Schulung, das logische Denken, das zu schulen bewusst und dem Kind das Denken zu lernen, Das bedeutet ja, nämlich genau jetzt zu der Zeit heute, was brauchen wir heute? Wir brauchen heute die Beherrschung des Denkens. Weil wenn ich mein Denken nicht beherrsche, dann werde ich beherrscht. Also betreutes Denken. Betreutes Denken oder gedacht werden. Also alles, was wir heute erleben, was wir auch teilweise so schmerzhaft erleben, ist, dass die Menschen nicht denken. Denn, weil sie nicht aus einer Bildung kommen, wo sie lernen, selber zu denken. Das Schulsystem heute ist sehr stark orientiert auf den Trichter. Ich gebe dir den Input und du lieferst mir denselben Output und dann hast du eine gute Note. Das hat nie etwas zu tun mit eigenständigem, freiem Denken. Das heißt, das wird nicht unterrichtet heute. Müsste aber das Ziel aller Schulbildung sein. Das heißt, das müsste der erste Punkt in der ganzen Schulbildung sein, dass ein freies Denken unterrichtet, gelehrt und erfahren wird. Weil dann, wenn der Mensch dann rauskommt aus der Schule, dann lässt er sich nicht mehr so manipulieren wie heute. Das heißt, die Denkschulung, und das ist das, was wir in der Erkenntniswissenschaft machen, dafür ist Erkenntniswissenschaft da, das ist eigentlich das bewusste Lernen und Beherrschen des Denkens. Ist für mich und nach den Erfahrungen mit den Studenten die erste Priorität in der Bildung überhaupt. Egal, was ich dann studiere. Aber das heißt, ich kann dann, auch wenn ich jetzt ganz klassisch durch das Schulsystem gelaufen bin, wenn ich dann zu Ihnen komme, das nachträglich lernen? Absolut. Und ich finde es traurig, dass man es bei uns dann erst lernen muss. Aber es ist auch ein gutes Zeichen, weil jetzt das erste Mal wir beginnen zu begreifen, dass wir keine Schule des Denkens haben in der Schule. Die entwickeln wir jetzt und vielleicht, hoffentlich, wird das später vom Schulsystem und auch vom Universitätssystem übernommen. Weil ich habe das, ganz ehrlich, in meinem Gymnasialstudium, Zeit und im Studium auch nicht gelernt. Ich durfte zum Glück, also dass ich Mathematik studiert habe, war mein Vorteil, weil da musst du, da musst du lernen, korrekt zu denken. Das ist diese wunderbare Schulung der Mathematik. Aber haben Sie Mathematik aus Begeisterung oder war das eine Erwartung an Sie? Naja, die Sache ist ja die, jetzt würden wir in eine ganz andere Richtung kommen, nämlich da würden wir zur Anthroposophie kommen. Ich habe das ja mit 19, 20 Jahren entschieden als Abiturient. Und da entscheidet man noch nicht aus dem vollen Bewusstsein, sondern man ist noch gelenkt von dem inneren Schicksal. Und dann war für mich, 20 Jahre später habe ich das verstanden, das ist mein Lebensweg, Mathematik zu studieren, damit ich das tun kann, was ich heute kann. Weil ich könnte das nicht, ich könnte nicht einen Studiengang in Erkenntniswissenschaft entwickeln, wenn ich nicht dieses Studium der Mathematik durchlaufen hätte. Weil da lernt man Wahrheitsdenken und das brauchen wir heutzutage. Okay, das hätte jetzt für mich, das finde ich spannend, nach einem Widerspruch geklungen. Also Mathematik und Wahrheitsdenken, aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist das ja genau die Grundlage dafür. Erinnern Sie sich an die Schule, wenn eine Klammer fehlt in einer Formel, ist es vorbei. Das heißt, Sie müssen in Mathematik absolut exakt bis auf den letzten Punkt denken. In der Informatik ist es ähnlich. Ein Bit falsch und das ganze Programm läuft falsch. Das heißt, das sind diese zwei Schulungswege, das andere in der Technik und das rein im Geiste. Dass ich gelernt habe und dass man lernt, absolut präzise zu denken. Und wenn man das intus hat, dann kann man, wenn man die heutige Situation sieht, ich meine, man kann daran verzweifeln, tue ich nicht, sondern ich sehe es einfach. Dann sieht man, warum die Menschen so mit sich umgehen lassen, weil ihnen nicht beigebracht wurde, sich hinzustellen und sagen, ich denke selber und ich habe das gelernt. Weil das nicht gewünscht ist? Jetzt sind wir natürlich, weil dann sind wir wieder bei der Frage, naja, wer sorgt dafür, dass das Bildungswesen so ist? Wenn Sie jetzt auf das Thema gehen wollen, können wir gerne den Schwenk machen. Und die Frage ist, welche Kräfte sind da wirksam? Und es ist ja so, dass wir in dieser heutigen Zeit immer diesen Begriff der Verschwörungstheorie haben. Und das Spannende ist ja, dass also wenn jemand Quantentheorie studiert und Quantentheoretiker ist, dann ist er hoch angesehen. Der Begriff der Theorie ist ja ein hochqualifizierter, ehrenwerter Begriff. Außer man ist Verschwörungstheoretiker. Der Begriff der Theorie beim Verschwörungstheoretiker wird diffamierend verwendet. Das heißt, es kann jeder sehen, dass da ein bewusster Vorgang da ist, einen ehrenwerten Begriff, wenn man den mit Verschwörung verbindet, zu diffamieren. Deshalb verwendet man heute in der Presse oft schon eben lieber den Begriff Verschwörungsmystiker. Das ist dann wieder in Ordnung. Aber ein Verschwörungstheoretiker wäre ja ein Wissenschaftler, der sauber wissenschaftlich arbeitet. Deshalb brauchen wir Verschwörungstheoretiker. Also ist der Begriff eigentlich positiv belegt? Ja, eigentlich ist der positiv. Nur er ist bei uns nicht positiv belegt, weil er durch die Medien negativ belegt wurde. Und da sind wir ja aber wieder beim selbstbestimmten Denken, dass man eben das erkennt. Genau. Und da muss man dann auch sagen, dass vieles, was heute unterwegs ist von Leuten, die Verschwörungsthesen verbreiten, dass das nun gar nicht wissenschaftlich ist. Manche sind sehr sauber wissenschaftlich, aber in dem Bereich ist sehr, sehr viel unwissenschaftlich. Genauso wie im Mainstream auch. Aber dann möchte ich jetzt einmal kurz die Klammer aufmachen. Was ist denn Wissenschaft und was ist nicht Wissenschaft? Also Wissenschaft läuft ja in relativ, ich sage mal, starren Strukturen ab. Also der Bildungsweg ist klar vorgegeben. Man macht Abitur, man studiert. Also es gibt aber, worauf ich hinaus will, ja Menschen, die zum Beispiel sich in ein Thema so reinfräsen und aber gar nichts damit zu tun haben, aber dann trotzdem irgendeine Erfindung machen, die Nobelpreisfähig ist, obwohl die das nicht studiert haben. So und da ist für mich jetzt die Frage, im Moment ist es ja so, dass das versucht wird, uns von den Medien zu vermitteln, das ist Wissenschaft, das darfst du glauben. Also vertrau bitte nur der Wissenschaft und das ist völlig unwissenschaftlich, obwohl da möglicherweise wirklich vielleicht auch gute Impulse eben aus dieser Richtung kommen. Aber dagegen grenzt man sich ab. Also Beispiel ist ja auch Schulmedizin, Homöopathie. Die Schulmedizin sieht man als wissenschaftlich, die Homöopathie, da sagt man irgendwie gleich, das sind irgendwelche Zuckerkückelchen, kann man nicht gebrauchen. Aber beide können ja auch zusammenarbeiten. Also wo fängt Wissenschaft an, wo hört Wissenschaft auf? Da sind wir jetzt bei dem Punkt wieder Erkenntniswissenschaft. Das heißt, wir wissen heute, dass Erkenntniswissenschaft die Fundamentalwissenschaft ist, weil ich dort erst einmal lerne, was eigentlich Erkennen bedeutet. Das heißt, wenn ich über Wissenschaft rede, muss ich mir ja einen Begriff bilden, was Wissenschaft ist. Und dann frage ich, welche Wissenschaft oder wer definiert denn, was Wissenschaft ist. Weil da muss man sich wissenschaftlich einigen, damit man dieselbe Sprache spricht wie überall in der Wissenschaft. So, dafür gibt es die Wissenschaftstheorie. Und das ist ein Teil der Erkenntnistheorie. Das heißt, was wir machen ist, ist Wissenschaftstheorie auch. Das heißt, wir untersuchen, was eigentlich Wissenschaft genau ist. Und dann ist es sehr klar und wissen, was Wissenschaft ist, ist sehr klar. Es gibt zwar in der Wissenschaftstheorie viel Streitereien darüber, aber im Grunde genommen ist es sehr klar. Wissenschaft beginnt immer, dass ein Wissenschaftler irgendein Objekt hat und sagt, das interessiert mich. Aber dazu muss ich nicht studiert haben. Na ja, erst einmal, was Wissenschaft ist. Nein, muss ich überhaupt nicht studiert haben, weil jeder von uns im Alltag ist Wissenschaft. Ist irgendwie Wissenschaft. Also wenn ich irgendwo etwas Unbekanntes sehe. Ich mache ja Wissenschaft nur, wenn ich etwas Unbekanntes sehe. Also es fliegt irgendwas am Himmel. Heute sind es Drohnen, die kennt man schon mehr. Früher hat man die UFOs genannt, weil das ist ein unbekanntes Flugobjekt. Wenn ich die das erste Mal sehe, sage ich, oh, ich habe ein UFO gesehen. Stimmt. Aber in dem Moment, wo ich lerne, dass es eine Drohne ist, ist es ein bekanntes Flugobjekt. Ein Bufo. Ein Bufo. Also der Wissenschaftler und wir auch im Leben, da sind wir Wissenschaftler, gehen immer an etwas Unbekanntes ran, was uns aber durch ein Phänomen, durch eine Erscheinung sich zeigt. Und dann stelle ich die Frage, was ist dahinter? Das ist Wissenschaft. Das ist Aristoteles. So und jetzt habe ich ein unbekanntes Phänomen, das schaue ich mir an, das nennen wir Wahrnehmung. Dann stelle ich die Frage, was ist das Gesetz dahinter? Das Gesetz ist ja etwas Geistiges. Das macht jeder Wissenschaftler. Er sucht das Gesetz dahinter. Das ist der zweite Schritt. Das heißt, der erste Schritt ist exakte Beobachtung. Das ist ganz wichtig, dass man als Wissenschaftler exakt beobachtet. Die Daten müssen stimmen, weil wenn die Daten schon falsch sind, ist schon mal der Weg falsch. Das zweite ist, dann bilde ich mir eine These, dann bin ich im Denken. Und dann der dritte Schritt ist, jetzt habe ich mir eine Theorie oder eine These gebildet, dann prüfe ich sie noch. Das nennt man das Experiment, der Beweis. Das ist die Methode der Wissenschaft. Das heißt, Wissenschaft ist eine Methodik des menschlichen Geistes. Das macht jede Hausfrau und jeder im Alltag, weil jeder denkt und arbeitet so. Das Überprüfen ist meistens das, was dann fehlt, weil man glaubt einfach der eigenen These und dann ist es nicht mehr Wissenschaft, wenn man es nicht überprüft hat. Das ist Wissenschaft und nicht der Betrieb draußen, sondern zunächst ist Wissenschaft eine Methode des menschlichen Geistes. Und aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung, wie frei ist die Wissenschaft heutzutage? Weil das ist ja auch immer die Frage, wofür wird Geld zum Beispiel bereitgestellt? Naja, wenn wir jetzt unterscheiden zwischen der Wissenschaft als Methode und der Wissenschaft als Betrieb draußen, dann ist die Frage, welche Frage stellen Sie? Wann ist die Wissenschaft frei? Wenn ich als Wissenschaftler in mir frei bin. Das heißt, es fängt immer beim einzelnen Menschen an. Der Mensch muss wissen, das ist ja bei uns auch in der Erkenntniswissenschaft. Das große Werk von Rudolf Steiner, der hat ja zwei Wissenschaften begründet. Die Erkenntnistheorie als wirklich Wissenschaft und dann die Wissenschaft der Freiheit, die Philosophie der Freiheit. Das ist der Inhalt unseres Studiengangs. Da lerne ich, was Freiheit ist. Und wenn ich weiß, was Freiheit ist, dann kann ich mich als Wissenschaftler prüfen, ob ich auch frei arbeite. Wenn ich dann merke, dass mir der Ruhm wichtiger ist oder das Geld wichtiger, aber nicht die Wahrheit, weil der Wissenschaftler ist nur der Wahrheit verpflichtet. In dem Moment, wo er abweicht vom Weg der Wahrheit, ist er nicht mehr Wissenschaftler. Er wird dann zum Bezahlten, was auch immer. Aber in dem Moment, wo er den Weg der Wissenschaft verlässt, ist er nicht mehr Wissenschaftler. Wenn heute ein Forschungsinstitut von einem Auftraggeber eine Studie bezahlt bekommt und sagt, ich möchte gern das Ergebnis haben und ich liefere das Ergebnis, weil das kann ich als Wissenschaftler, ich kann es immer so drehen, dann ist das nicht mehr Wissenschaft. Und deshalb müssen wir unterscheiden, ist der Wissenschaftsbetrieb frei? Der kann nie frei sein, wenn Politik oder Wirtschaft sagen, wie der Wissenschaftler arbeiten soll. In dem Moment ist die Wissenschaft korrumpiert. Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstehe, die Grundlage ist, dass man selbst frei ist, unabhängig ist. Das ist die Grundlage wirklich für seriöse Wissenschaft. Und das ist Freiheit. Und da muss die Wissenschaft, der Wissenschaftler muss frei sein. Denn er muss sich zur Freiheit und zur Wahrheit bekennen, zum Weg der Wahrheit. Und in dem Moment, wo er die Wahrheit oder seinen Weg verbiegt, weil er von Politik beauftragt oder von der Wirtschaft bezahlt wird, in dem fällt er raus aus der Wissenschaft. Er ist nicht mehr Wissenschaftler. Ich bringe immer das Beispiel. Wenn Sie im Auto sitzen, sind Sie in dem Moment Autofahrer. Steigen Sie aufs Fahrrad. Sind Sie zwar theoretisch noch Autofahrer, weil Sie können wieder ins Auto einsteigen. Aber in dem Moment sind Sie nicht mehr Autofahrer. Sie sind Fahrradfahrer. Und wenn ein Wissenschaftler zwar eine Ausbildung hat, aber nicht mehr jetzt sauber arbeitet, steigt er aus als Wissenschaftler und ist unwissenschaftlich. Und das haben wir heute leider, gerade in dieser Krise heute, bis zur schmerzhaften Obergrenze. Ist so eine Krise möglicherweise nur möglich, weil wir alle nicht mehr frei sind? Weil wir alle nicht mehr frei denken? Sie unterstellen ja schon, dass wir frei wären. Wir sind eigentlich alle auf dem Weg zur Freiheit. Es geht ja, die Menschheitsbestimmung ist die Freiheit. Und was Sie jetzt eigentlich als Frage anschneiden, ist die andere Wissenschaft von Rudolf Steiner. Da muss ich jetzt zur nächsten Wissenschaft kommen. Rudolf Steiner hat Erkenntniswissenschaft zu einem Höhepunkt geführt, wirklich begründet. Er hat dann die Anthroposophie als spirituelle Wissenschaft begründet, aber er hat auch eine Sozialwissenschaft begründet, nämlich die der sozialen Dreigliederung. Und das ist jetzt eine, die sich mit der menschlichen Gesellschaft beschäftigt und zwar wirklich wissenschaftlich wiederum. Also das heißt kein Einfluss zum Beispiel von Politik in Bildung. Genau, weil da wieder bei dieser Wissenschaft ist Rudolf Steiner genau den Weg gegangen, er hat erst einmal die Gesellschaft beobachtet. Und dann hat er die Theorie gebildet und hat sie an der Praxis überprüft. Das heißt, wir haben seit 100 Jahren eine Wissenschaft von unserer Gesellschaft, die wir echt Sozialwissenschaft nennen können. Das ist keine spekulative Theorie. Und da ist diese Grunderkenntnis, und das ist nie ein Modell, oft heißt es, das wäre ein Modell, das ist kein Modell, dass unsere Menschheit, wir als Menschheitsfamilie, sage ich mal, wir sind eine große Familie, ein großer Organismus ist. Und wir hängen alle miteinander zusammen. Keiner kann vom anderen getrennt sein. Es ist ein Organismus, das ist der neue Begriff. Und dieser Organismus hat wie der menschliche Körper drei Glieder. Das eine ist die Politik, das Rechtsleben, dann die Wirtschaft und dann die Kultur und das Geistesleben. Und da sind wir jetzt bei dem Thema, das Sie ansprechen. Es muss die Politik in ihrem eigenen Kompetenzgebiet bleiben. Und da muss sie frei und unabhängig sein. Es muss die Wirtschaft in ihrem Kompetenzgebiet frei werden und auch nicht übergriffig werden. Und das Geistesleben, die Kultur muss frei werden und autonom. Das ist diese Wissenschaft der sozialen Dreigliederung. Und wenn ich jetzt von dieser jetzigen Krise spreche und das aus dieser Sozialwissenschaft anschaue, und wenn wir dann, ich sage immer, als Sozialmediziner rangehen, machen wir eine Diagnose. Wir machen eine Anamnese. Wir machen eine Diagnose und stellen fest, hoppla, diese Gesellschaft, dieser Organismus ist im Moment ziemlich heftig krank. Der hat eine riesen Infektion oder sogar eine Krebserkrankung, wenn man das Ganze anschaut. Das heißt, Sie beziehen das auch wirklich auf weltweit, auf alle. Also das macht keinen Halt jetzt an der Grenze zu Österreich. Nein, es ist die Menschheit. Weil wir sind eine Einheit. Mit allen 7,8 Milliarden Menschen. Alle 7,8 Milliarden. Wir sind ein großer Organismus, wo alle Menschen miteinander verbunden sind. Und jeder Mensch seinen Einfluss in diesen Organismus hineingibt. Das heißt, ich bin immer ein Freund davon, weil ich sehe viele jetzt auch, die sich das anschauen und das klingt erstmal sehr theoretisch und deswegen ist mir so wichtig, dass wir das auch in die Praxis führen, dass das, was wir beide hier gerade machen, dieses Gespräch, einen Einfluss auf alles hat. Und jetzt, was ich noch sagen wollte zu dieser Krise, wenn ich das als Krankheit sehe, dann kommt wieder der Ausflug in die anthroposophische Medizin, wo wir lernen, dass Krankheit ein Heilungsprozess ist. Wenn man eine Infektion hat und Fieber entsteht, dann ist das ein Heilungsprozess. Der Organismus fährt das Immunsystem hoch und das, was wir als Krankheit bezeichnen, ist nichts anderes als ein übersteigerter Gesundheitsprozess. Das ist ein Heilungsprozess. Das heißt, wenn wir da eingreifen, stören wir auch den Heilungsprozess. Ja, ich muss so eingreifen, dass ich nicht den Heilungsprozess störe, sondern ihn fördere. Das macht der gute Naturheilkunde. Man kann auch mit Schulmedizin das machen. Da gibt es ja keinen Ausschluss, wenn etwas dazu dient, den Organismus in seiner eigenen Heilung zu unterstützen, ist das völlig in Ordnung. Aber in dem, wo ich zum Beispiel fiebersenkende Mittel gebe, nur um das Fieber zu senken, greife ich ein in den Heilungsprozess. Und wenn wir jetzt die soziale Krise anschauen, die wir haben und das endlich verstehen als ein Krankheits- bzw. Heilungsprozess, heißt es, dieser Organismus, dieser große Organismus, aus dem wir alle bestehen, gibt uns ein Signal, ein heftiges. Er kann nicht mehr. Das ist wirklich für mich eine Gesundheitskrise für diesen sozialen Organismus. Und dann wissen wir, dass das eine Heilungskrise ist. Und eine Heilungskrise kann in den Tod führen oder zur Gesundung führen. Wenn jemand krebskrank ist, dann ist das ein Signal des Körpers. Wenn er jetzt den Weg geht der Heilung und noch die Chance hat zur Heilung, dann wird er den Krebs überwinden und er wird verschwinden. Schafft er es nicht, weil er die Signale nicht achtet, wird er daran sterben. Und das ist für mich wirklich jetzt im Moment, diese globale Krise ist schon etwas sehr Heftiges. Und das ist das, was ich als Positives sehe. Es ist eine Heilungskrise. Und jetzt sind wir alle einzeln aufgefordert, völlig anders zu denken. So anfangen zu denken und sagen, hoppla, da steckt etwas Positives dahinter. Aber wozu ruft es mich auf? Darüber möchte ich auch gerne gleich mit Ihnen noch detailliert sprechen. Aber mich würde jetzt erst mal interessieren, woran sind wir denn erkrankt? Zum Beispiel das, was Sie vorhin angesprochen haben. Wenn wir die Politik nehmen und die Wirtschaft und die Kultur, dann müssen die drei Gebiete autonom sein. Das ist diese neue Erkenntnis. Jetzt haben wir aber ein System, bei uns in Deutschland noch extrem, wo wir Staatsschulen haben und die Politik dem Lehrer unten sagt, wie er zu unterrichten hat. Das macht den Organismus total krank. Das macht ihn krank. Und das hat Humboldt schon 1791 erkannt. Da gibt es einen berühmten Aufsatz von ihm, wo er über die Grenzen des Staates spricht. Rudolf Steiner hat dann einen neuen Begriff in dieser Wissenschaft geprägt, den Einheitsstaat. Heute hat die Politik derartig viel Einfluss auf die Wirtschaft und auf die Bildung, dass dadurch der Organismus krank gemacht wird. Das ist die Ursache dafür. Die Wirtschaft wiederum wirkt zurück, weil dieser Wirtschaftsorganismus muss sich wehren, dass übergegriffen wird. Und deshalb fängt der Lobbyismus. Der Lobbyismus entsteht dadurch, dass das Wirtschaftssystem sich wehren muss und versuchen muss, die Politik zu beeinflussen. Und dadurch haben wir diese unheilsame Verquickung zwischen Wirtschaft und Politik. Das heißt, Entschuldigung, wenn ich da einmal unterbreche, aber das heißt, je mehr individuelle Freiheit eingeschränkt wird, staatlich kontrolliert wird, über was auch immer, über die Schule, Universitäten, über den Arbeitgeber, umso kränker werden wir. Da müssen wir wieder unterscheiden. Im Prinzip stimmt das, aber wir müssen da wieder unterscheiden, was hier durch diese Sozialwissenschaft der sozialen Dreigliederung bewusst geworden ist, warum die Franzosen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gesprochen haben, wo diese Ideale herkommen. Wo gehört die Freiheit hin? Ich mache mir über den Spaß. In zwei Minuten hat das jeder verstanden. Jeder kommt selber drauf. Wo gehört die Freiheit hin? Wo gehört die Gleichheit und wo die Brüderlichkeit? Die Freiheit gehört in den individuellen Geist, ins Geistesleben. Die Gleichheit in die Politik, ins Rechtsleben, weil nur vor dem Gesetz sind wir gleich. Und die Brüderlichkeit gehört in die Wirtschaft. So, was haben wir heute als Leitmotiv in der Wirtschaft? Den Egoismus. Das heißt, solange wir auch den Egoismus haben in der Wirtschaft, wird das System total krank. Wie kann ich aber eine brüderliche Haltung bewirken, nur wenn das Geistesleben frei ist und die Menschen überhaupt in ein brüderliches Denken kommen? Wenn jetzt aber aus dem Staatssystem heraus die Schule und die Bildung gelenkt wird, kann der Geist gar nicht frei werden. So, und jetzt müssen, das ist der eine Einfluss. Und vor allen Dingen mit Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit. Wenn jetzt hier Sie von Freiheit sprechen, können wir nie von Politik reden. Die Freiheit gehört immer ins Geistesleben. Niemand kann Ihnen Ihre Freiheit nehmen, weil die Freiheit in Ihrem Denken stattfindet. Das heißt, egal, auch wenn ich im dunkelsten Kerker sitze. Nelson Mandela hat nie seine Freiheit verloren. Nelson Mandela war 23 Jahre im Gefängnis und er kam als ein liebender Mensch heraus. Der hat nicht den vorherigen Präsidentenberater gekündigt und gesagt, ich brauche Sie, weil Sie haben eine Ahnung. Wenn die amerikanischen Präsidenten wechseln, schmeißen Sie die anderen alle raus. Das heißt, Nelson Mandela hat nie seine Freiheit verloren, obwohl er im Gefängnis saß. Wovon Sie jetzt sprechen, ist das Thema der Rechte. Die Rechte sind im Rechtsleben. Das heißt, im Moment begrenzt der Staat die Rechte, die uns eigentlich zugestanden werden. Die geistige Freiheit kann uns nicht nehmen, aber er kann uns hindern, die geistige Freiheit auszuüben, indem er das Recht dafür nimmt. Zum Beispiel die Meinungsfreiheit. Das passiert ja jetzt auch. Deshalb müssen wir immer gut unterscheiden zwischen Recht, Gleichheit und eben Freiheit. Die Freiheit müssen wir uns selber erarbeiten. Aber dazu muss auch wiederum der Schul- und Wissenschafts- und Universitätswesen frei werden von Wirtschaft und Politik. Die Einflüsse müssen rausgenommen werden. Ist das ein Grund dafür, warum zum Beispiel Waldorfschulen oftmals auch versucht wird, in so eine eher lächerliche Ecke zu bringen? Nach dem Motto, die tanzen alle ihren Namen. Und das wird ja immer sofort nach dem Motto, die... Ja, jetzt sind wir wieder bei einem anderen Thema. Nämlich die Waldorfpädagogik ist eigentlich die erste Pädagogik. Der Name ist ja unglücklich. Das war ja eine Zigarettenfabrik. Eigentlich müssten wir sagen, das ist die pädagogische Wissenschaft überhaupt. Weil Rudolf Steiner war der Erste, der eine Wissenschaft der Pädagogik begründet hat, weil er in die Seele des Menschen schauen konnte und in die Entwicklung der Kinder, wo er dann genau gesagt hat, in welchem Entwicklungszyklus was geschieht. Das heißt, das ist die erste pädagogische Wissenschaft überhaupt, die entstanden ist. Das ist auch den Waldorf-Lehrern gar nicht so bewusst. Und die kommt natürlich jetzt wiederum aus einer spirituellen Dimension, die bei uns im Materialismus negiert wird. Und da greifen wieder die üblichen kosmischen geistigen Gesetzmäßigkeiten, dass dieses erst einmal bekämpft werden muss von... Jetzt würden wir sagen, das Establishment oder aus dem Establishment oder aus den Widersacherkräften, die nicht wollen, dass der Mensch frei wird, muss das bekämpft werden. Und dann wird Waldorfpädagogik lächerlich gemacht. Das ist eine normale Reaktion. Auf der anderen Seite... Ja, weil es dem eigenen Macht, der eigenen Macht, dem Machtanspruch widerspricht. Weil, was Rudolf Steiner gebracht hat, ist ja die gesamte Bildung für die Freiheit des Menschen. Jeder, der Macht ausüben will, muss das bekämpfen. Das ist ein natürlicher Mechanismus im Menschen. Also das ist normal. Wenn ich sehe, die Menschen werden frei im Volk, ich möchte aber die Macht über die Menschen haben, dann werde ich das bekämpfen, was die Menschen frei macht. Deshalb weiß ich oder wissen wir, dass das normal ist. Das muss nach den Gesetzmäßigkeiten so sein. Auf der anderen Seite haben in den 100 Jahren die Waldorfschulen sich zum Teil und die Waldorfbewegung in eine Richtung bewegt, wo ich sagen muss, da ist die Kritik berechtigt. Das kommt dann mit dazu, dass man mit der Zeit ein Verhalten an den Tag gelegt hat, das weit weg ist von der Anthroposophie. Und dann kommt ein berechtigter Widerstand, wo dann eine Supervision mal angesagt wäre. Eine Reflexion, eine Selbstreflexion. Und die findet leider nicht statt. Was muss passieren, dass sozusagen das, was Sie hier gerade sagen und was für mich auch logisch klingt, jeder Mensch soll frei sein, jeder Mensch soll vor allem frei denken, das ist die Grundvoraussetzung für alles, dass wir da tatsächlich als Gesellschaft hinkommen. Ist das genau der Punkt, den Sie angesprochen haben, dass wir erst mal erkennen, was soll uns das sagen, was hier gerade passiert? Also passiert vielleicht genau das aus Sicht, ich habe es bei Ihnen auf der Seite gesehen, aus Sicht des Weltenplans, damit wir genau das erkennen können? Damit genau das passiert? Ja, für mich ganz klar, das muss sein, diese Krise. Wie gesagt, das ist eine Reaktion, wenn man es aus der sozialen Dreiglindung nimmt, des Organismus auf einen krankmachenden Faktor. Und den krankmachenden Faktor kann man aus der Sozialwissenschaft hier sehr klar beschreiben. Wir haben die Wirtschaft und die Politik und die Kultur, das Kultur- und Geistesleben. Die Frage ist, was nährt, also unser Organismus wird genährt durch die physische Nahrung. Was nährt den sozialen Organismus, das sind unsere Ideen. Unser Geist, den bringen wir in die Wirtschaft ein. Wir bringen innovativen Geist in die Wirtschaft ein. Wir bringen unsere Gedanken über Rechtsleben in das Rechtsleben hinein. Das heißt, das Geistesleben ist sozusagen der Nährfaktor der Gesellschaft. Also ist die Frage, welche Nahrung, sehen Sie, und das ist ein anderes Denken, welche Nahrung führen wir über unseren Geist, der Politik und der Wirtschaft zu? Wenn unser Geist egoistisch denkt, wenn unser Geist materialistisch denkt, was wir heute haben, dann fließt das in die Politik und in die Wirtschaft ein. Und dann denken wir überall materialistisch und materialistisch heißt, der Mensch wird zur Maschine. Dann hat jeder nur zu funktionieren. In der Arbeit hat man zu funktionieren. Man wird ein Teil der Wirtschaftsmaschine, weil dieses Denken aus dem Geist kommt. Das ist diese vergiftete Nahrung. Da sind wir bei China zum Beispiel. Braucht man nicht mehr dazu sagen, weil dort natürlich ein materialistischer, der Kommunismus ist dialektischer Materialismus, unterschwellig immer mit drin ist, aber bei uns genauso. Auf unseren Universitäten wird materialistisch gelehrt. Das ist so. Wir haben das, was einmal Hochblüte der deutschen Nation war, das war ja ganz Mitteleuropa und weitergehend. Der deutsche Idealismus ist ja fast tot und ist ersetzt worden durch Darwinismus und Materialismus. Das heißt, hier muss eine neue Blüte entstehen eines ideellen, ganzheitlichen Denkens, wie es 18. und 19. Jahrhundert mit Goethe und Schiller ja in der Hochblüte und Hegel und Fichte. Das war ein gewaltiger, ganzheitlicher Geist. Der ist fast verschwunden bei uns. Und jetzt muss praktisch dieser Geist neu genährt werden. Dazu muss ich aber die Schulen und Universitäten frei machen. Das heißt, wir brauchen eine Politik, die für sich entscheidet, okay, wir ziehen uns zurück. Wir sehen unsere Kompetenz. Deshalb braucht man politische Tätigkeit. Dafür braucht man die Wirtschaft zur Unterstützung, dass man der Wirtschaft klar macht. Es gibt ja schon eine kleine Bewegung bei uns, die wir initiiert haben, wo wir das Gedankengut reinbringen. Weil es müssen erst genügend Menschen verstehen, dass in der Wirtschaft die Unternehmer verstehen, die Wirtschaft muss auch autonom werden. Das heißt, sie muss den Einfluss der Politik lösen und auch den Lobbyismus entfernen. Das wird ein Prozess sein, der wird ein paar Jahrzehnte dauern. Aber jetzt geht es darum, dass man in der Wirtschaft erkennt, dass man diese unheilsame Verbindung von Politik und Wirtschaft lösen muss. Und gleichzeitig muss aus der Wirtschaft der Impuls kommen, zu helfen, dass das Geistesleben frei wird, dass die Bildung, die Schulen frei werden. Nur dann haben wir eine Chance. Wir sind in Deutschland speziell in der Situation, weil Österreich und Schweiz kann man Homeschooling machen. Da hat man schon viel mehr Freiheit. Genau, hier haben wir ja immer noch diese Gebäudeanwesenheitspflicht. Bei uns bist du ja sofort Verbrecher, wenn du das Kind nicht in die Schule schickst. Da kommt die Polizei. Das heißt, Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, bitte, ist da in einer speziell unglücklichen Situation. Da muss viel mehr verändert werden. Aber es müssen die Menschen erst einmal verstehen, weil heute haben wir immer noch das Denken, Papa Staat, der macht schon. Und das ist natürlich bewusst gefördert. Der Papa Staat, der macht schon, wenn er die Schulen führt. Das ist dieses Denken, das wir leider immer noch haben. Das heißt, wir kommen nur zu einer Lösung, wenn genügend Menschen überhaupt anfangen, so zu denken. Deshalb ist dieses Wissen um diese soziale Dreiglierung im Moment eigentlich der Schlüssel. Es müssen genügend Menschen verstehen, wie die Gesellschaft funktioniert. Sonst kann man es auch nicht in der Praxis umsetzen. Jetzt stelle ich mir einfach gerade vor, alleinerziehende Mutter, zwei Kinder, gerade auf Kurzarbeit, schaut unser Gespräch jetzt und sagt, ja, das klingt toll in der Theorie, aber was soll ich denn da jetzt tun? Das ist eine berechtigte Frage, oder? Jeder Einzelne ist natürlich extrem betroffen. Der eine mehr, der andere profitiert sogar davon. Was uns hier fehlt, ist die Brüderlichkeit. Diese Frau, wir brauchen ein brüderliches Denken. Zum Glück gibt es ja auch immer mehr und mehr Organisationen, die sagen, melde dich mal bei uns, wir helfen dir vielleicht. Wir haben gerade eine neue Genossenschaft gegründet, wo es darum auch geht, eventuell Unternehmern zu helfen in einem brüderlichen Verband. Und das fängt jetzt langsam an. Also was jetzt aus der Not der Einzelnen kommen sollte, dass Menschen sich irgendwo melden können und sagen, könnt ihr mir brüderlich helfen? Auf der anderen Seite ist natürlich jeder einzelne Mensch wiederum auch aufgerufen zu schauen, was ist mein eigenes Schicksal? Dann sind wir so bei dem Thema Karma, dann sind wir in der Spiritualität wieder drin, dass wir auch dieses Wissen ergreifen und sagen, okay, das hat etwas mit meinem Leben zu tun, zu was soll es mich aufrufen? Was ist, in welche Kraft soll ich jetzt kommen? Das heißt also, wenn mir ein Schicksalsschlag wiederfährt, das ist ja ganz oft bei Menschen, die einen Schicksalsschlag haben, dass sie sich dann, dass sie durchgerüttelt, durchgeschüttelt werden und dann plötzlich klar wird, was eigentlich meine Aufgabe hier ist. Genau. Und das Beispiel ist vor allen Dingen bei vielen Krebskranken, gibt es wunderschöne Beispiele. Oder auch bei Menschen, die schreckliche Unfälle gehabt haben, wie der Formel-1-Fahrer Minardi oder Formel-3-Fahrer war, der beide Beine verloren hat und der dann schreibt, ich bin ein glücklicher Mensch. Oder andere, die durch Krebs das Leben verwandelt haben, sagen, ich danke meinem Krebs dafür. Das heißt, da sind wir in der spirituellen Dimension, dass wir halt wissen, also aus der Geisteswissenschaft heraus, dass jeder sich sein Schicksal wirklich bewusst geschaffen hat, bevor er hier runtergekommen ist. Und das ist natürlich die nächste Dimension, die wir hier betreten, also Erkenntniswissenschaft, Sozialwissenschaft und Geisteswissenschaft, dass ich dann sage, okay, ich bin verantwortlich für mein Leben. Zu was ruft es mich jetzt auf? Und da kann ich auch um Hilfe rufen. Ich kann auch in der geistigen Welt um Hilfe bitten. Aber wichtig ist, dass wir aufwachen, dass uns das jetzt rüttelt und sagt, okay, es hat seinen positiven Wert. Können Sie da mal ein Beispiel bringen, jetzt zum Beispiel aus Ihrem Leben? Also ein Moment, wo Sie sagen, da hat mir jetzt die geistige Welt, wie Sie es nennen, geholfen? Ja, ich kann zwei Beispiele bringen. Ich habe, sagen wir mal, ein glückliches Leben insofern gelebt, als ich nie durch Schicksalsschläge dazu gekommen bin, sondern immer aus meiner inneren Entwicklung. Aber es waren zwei Dinge. Das eine war, ich bin damals in Japan, Hongkong unterwegs gewesen, geschäftlich. Und hier in Düsseldorf war das, genau, das weiß ich nicht. Am Flughafen bin ich kurz in den Ticketschalter gegangen, hatte eine Herrenhandtasche. Und die habe ich auf dem Wagen liegen lassen, bin zum Ticketschalter und drehe mich um und die Tasche war weg. Und da war mein Terminkalender drin. Und dann noch etwas, meine Brieftasche, genau. Ich bin sofort rein ins Flugzeug. Ich habe sonst nie einmal in meinem Leben, habe ich das gemacht, habe mich hingesetzt, habe die Augen zugemacht und habe mit den Jungs und Mädels drüben, habe sie wirklich das Einzige in meinem Leben darum gebeten, zu sagen, bitte, ich brauche die Brieftasche und den Terminkalender. Das war meine Bitte, bitte. Eine Woche später, als ich zu Hause war, am Ammersee gelebt, klingelt das Telefon, kommt der Briefträger und sagt, sind Sie Herr Burkhardt? Ja, hier ist ein Paket vom Flughafen Düsseldorf, war es die Brieftasche. Zwei Wochen später ruft die Gemeinde an, Herr Burkhardt, für Sie, ist was abgegeben worden bei uns in der Gemeinde. Das war dann mein Terminkalender. Die schöne Herrenhandtasche habe ich nie gesehen, die hat mich auch nicht interessiert. Also da weiß ich, dass es funktioniert, dass man in Not die geistigen Wesen dafür gerne bitten darf. Und dann funktioniert das auch, wenn es sein soll. Ja, ist das eine andere Form von, also ich kenne das, wenn ich in einer schwierigen Situation in die Annahme gehe. Also die Situation annehme. Ja, das gehört ja mit dazu. Also mich da entspanne und nicht noch mehr Energie drauf gebe. Ja, das gehört dazu. Ich wusste, ich kann da nichts tun. Ja. Und wie gesagt, ich habe das wie gesagt nur einmal gemacht, weil das ja egoistisch ist. Also diese Parkplatzengel und so weiter, die Geschichten, das ist Missbrauch der geistigen Welt. Ja, das haben Sie im Vorgespräch gesagt, das müssen Sie nochmal erklären. Genau, da komme ich gleich zurück. Vielleicht die zwei anderen Gesichter. Ich habe ja nicht nur eine Waldorfschule mitbegründet, sondern ein großes Ayurveda-Zentrum in Sri Lanka. Vielleicht heute immer noch. Vielleicht das Größte, aber die haben natürlich heute auch ein Problem. Und jetzt war es so, dass ich damals nicht das gemacht habe, was ich heute mache. Ich bin dann zwar auch raus aus persönlichen Gründen, aber ich habe weiterhin gut gelebt von dem Projekt, weil ich meine Anteile da verkauft habe. Aber ich habe damals gemerkt, dadurch, dass ich gut leben konnte, ohne dass ich was tun musste, bin ich nicht so meiner eigentlichen Lebensaufgabe gefolgt. Was kam dann? Der Tsunami. Und der Tsunami, wir waren davon betroffen, hat dafür gesorgt, dass ich von heute auf morgen kein Geld mehr bekam. Also musste ich das tun, was ich jetzt eigentlich tue. Deshalb bin ich sehr dankbar. Also es gab noch eine andere Krise auch. Und ich war hochverschuldet und so weiter. Es ist aber alles gut gegangen. Und aus dieser hohen Verschuldung ist das nächste Projekt entstanden. Und aus der nächsten Katastrophe, eigentlich waren es sogar zwei Katastrophen, dann das, was ich jetzt tue. Und im Nachhinein weiß ich, es ist alles gut, wie es gelaufen ist. Es waren jedes Mal heftige Geschichten. Aber es ist immer das entstanden, was mich eigentlich jetzt dahin geführt hat. Und deshalb habe ich erlebt, dass Krisen immer das, immer der Aufruf sind zur Wandlung und immer in die Zukunft. Immer. Man kann 100 Prozent auf die geistige Welt und auf sich selbst vertrauen. 100 Prozent. Man muss sich nur selber folgen. Das passiert uns ja auch gerade. Also es ist ja auch dieses Projekt zum Beispiel, das ist aus der Krise entstanden. Sie machen dieselbe Erfahrung. Und stimmt, jetzt im Nachhinein waren das eigentlich schon Krisen. Ich habe es jetzt nie so empfunden. Aber ich möchte auch mal ganz kurz auf dieses, Sie haben gesagt, hier, ich habe es mir aufgeschrieben, Missbrauch der geistigen Welt, wenn man sich einen Parkplatz wünscht. Das müssen wir nochmal erklären. Warum darf man sich keinen Parkplatz wünschen, wenn das doch funktioniert? Ich habe ja auch die Bärbel Mohamed selber persönlich noch kennengelernt und auch ein bisschen ihre Geschichte verfolgt. Und ich habe dann auch immer erlebt, wie sie dann selber immer gezweifelt hat, weil sie festgestellt hat, es funktioniert nicht. Das Universum funktioniert nicht. Sie hat viele Bücher darüber geschrieben und Anleitungen geschrieben. Ja, genau, Bestellungen beim Universum oder dieses Buch, das Secret. Das ist ein wunderbares Marketingbuch. Das ist Marketing. Und es funktioniert in einer gewissen, wie ich es gerade erzählt habe, einer gewissen Art und Weise. Dann, wenn es sein soll, kann man sich jederzeit an die Engel, an die geistige Welt wenden. Das ist jederzeit möglich. Wenn man Hilfe braucht. Dann, wenn man es nicht selber kann. Man sollte es nie tun, wenn man es selber kann. Und einen Parkplatz, bitteschön. Dafür brauche ich kein geistiges Wesen, weil das ist Missbrauch der geistigen Kräfte für mich. Das muss man sich ja nur mal überlegen. Wenn man an geistige Wesen denkt, wird man das nie tun. Wenn man in abstrakten Energien denkt, wie heute in der Esoterik, dann sagt man, ja, irgendeine Resonanzenergie macht das. Und dann ist das kein spirituelles Denken. Das ist eigentlich höchster Materialismus, weil er ins Geistige übertragen ist. Sie haben gerade gesagt, kurz vorher, dass alles, was einem widerfährt, hat man selber kreiert. Habe ich das richtig verstanden? Das ist zunächst einmal die Einstellung. Nicht alles. Es gibt schon Dinge, die natürlich neu entstehen. Aber zunächst einmal kann man davon ausgehen, dass ich selber in diese Krisensituation… Dass ich Schöpfer bin quasi. Ich bin Schöpfer meines Schicksals. Punkt. Inwieweit hängt das mit Glaubenssätzen zusammen? Sie haben ja ein Buch geschrieben, mit einem Satz das Leben ändern. Vielleicht können Sie einmal kurz erklären, was Glaubenssätze überhaupt sind. Und was mich jetzt interessieren würde, welchen Einfluss haben die denn darauf, was uns tatsächlich widerfährt? Wir kennen heute aus der Medizin den Placebo-Effekt. Das heißt, ich gehe hin, bekomme eine Knieoperation und habe hinterher keine Schmerzen mehr. Und der Chirurg hat aber nur einen Schnitt gemacht. Das heißt, ich habe geglaubt, dass sie mich operiert haben. Und dieser Glaubenssatz, diese innere feste Überzeugung, da gehört das Gefühl dazu, der Gedanke allein reicht nicht, hat bewirkt, dass die Schmerzen weggegangen sind. Das ist der Placebo-Effekt. Auch ohne Operationen? Auch ohne Operationen. Also das ist ja medizinisch bewiesen. Das heißt, wir haben schon eine Medizin des Bewusstseins, wo wir heute wissen, dass der Placebo-Effekt funktioniert. Das heißt, ich kann mich heilen. So wie auch der Nocebo-Effekt funktioniert. Genau, der andere Effekt ist der Nocebo-Effekt. Und wir haben jetzt in der sozialen Krise den Nocebo-Effekt. Wir haben diese Krankheit, diese soziale Krankheit geschaffen. Und zwar durch diese Nahrung, die wir hineingegeben haben, das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich nur materialistisch denke, wird dieser Organismus irgendwann kaputt gehen. Das heißt, noch mal ganz kurz, Nocebo, auch noch mal für alle als Erklärung, ist dieses, wenn man in der Angst ist. Das krankmachende Denken und das gesundmachende Denken. Das ist das Placebo. Placebo ist das gesundmachende Denken. Genau. Hängen aber immer die Gefühle dran. Also wichtig ist, ohne Gefühle geht es nicht. Nur über den Intellekt. Über das kalte Denken kann ich keine Krankheiten verursachen. Aber durch meine Glaubenssätze im Denken aktiviere ich meine Gefühle. Also Angst wird immer über das Denken erzeugt. Das muss man wissen. Angst entsteht immer durch Gedanken. Das heißt, wenn ich ständig in Dauerangst bin, weil ich mir ständig Existenzangst einrede, aus meinem Denken, schaffe ich mir irgendwann mein Krebs oder was auch immer oder welches Schicksal auch immer. Deshalb ist ja wiederum die Schulung des Denkens das A und O für alles. Ich kann meine Angst nur besiegen, wenn ich mein Denken beherrsche. Deshalb ist Erkenntniswissenschaft in dieser praktischen Anwendung, wie wir es tun, ist das Fundament für alles. Weil wenn ich mein Denken beherrsche, dann beherrsche ich mein Leben. Das ist grundsätzlich heute längst Erkenntnis. Es ist eigentlich Tatsache. Nur man muss das halt lernen und schulen in allen Facetten, weil das Denken ist was Großartiges. Also das ist dieses Thema Nocebo, Placebo. Und das war so, glaube ich, Ihre Frage. Genau, aber die Glaubenssätze funktionieren. Also ich habe von Ihnen erfahren, dass es quasi einen Glaubenssatz gibt, der über allem steht. Also jeder Mensch hat einen Glaubenssatz, von dem er bestimmt wird. So habe ich es zumindest verstanden. Ich habe das mit einem Satz das Leben deshalb gewählt, weil wir heute, den Konflikt, den wir heute in der Welt haben, ist genau das mit dieser geistigen Nahrung. Der größte Glaubenssatz, der heute die Welt regiert, ist der materialistische Glaubenssatz, es gibt nur die Materie. Und es gibt nur die Materie, ist in der Konsequenz, es gibt kein Ich, es gibt keine Seele, es gibt kein Geist, es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt keine Wiedergeburt, es gibt kein Gott. Das ist der materialistische Glaubenssatz. Das ist der materialistische Glaubenssatz und zwar der Extreme. Der Materialismus ist völlig berechtigt, und das akzeptieren wir in der Geisteswissenschaft, in der materiellen Welt, in der Technik. Da ist ja nur Materie, aber wenn ich schon zur Pflanze gehe und zum Leben gehe, ist das nicht mehr nur Materie, beim Tier und beim Menschen auch schon nicht mehr. Die Physik heute ist aber begrenzt und die Biologie ist heute eigentlich nur Physik, weil man immer noch nicht weiß, was das Leben ist. Also der Materialismus ist völlig berechtigt, korrekt und richtig in der physikalischen Welt. In dem, wo ich ihn übertrage auf den Organismus, auf Organismen, da wird er tödlich. Und damit töte ich den sozialen Organismus und den Menschen. Und dieses Gedankengut haben wir heute zu 70, 80 Prozent eigentlich verbreitet in der Menschheit. Und ich habe genug Zitate auch darüber, wie heute auf den Universitäten und Hochschulen die Neurowissenschaftler, es gibt berühmte Bücher darüber, auch Homo Deus, was jetzt erschienen ist. Da wird der Mensch nur als Maschine gesehen. Der Mensch als Maschine ist das tödliche Axiom, um das es jetzt geht. Und dieser Glaubenssatz, der steht im Moment über allem. So wie im Mittelalter, die Erde ist eine Scheibe und die Sonne dreht sich um die Erde. Das war auch so ein Glaubenssatz. Und je mehr Menschen daran glauben und fest, desto mehr wird dieses soziale Chaos verursacht. Das heißt, das ist eigentlich der Glaubenssatz, der permanent seit ungefähr, massiv seit 1840, aber ansatzweise schon vorher, in Keimen schon vorher, ab 1840 ging es richtig los. Dann starb auch der deutsche Idealismus. Und seitdem wird unsere Gesellschaft gefüttert mit diesem materialistischen Denken. Und das ist das, was dann in Politik und Wirtschaft auch ins Geistesleben einfließt. Und das ist die Ursache für unsere Krise jetzt. Das heißt, wir müssen zurück ins Vertrauen. Ins Vertrauen, dass das Leben es an sich gut mit uns meint und alles funktioniert. Und dieses Materialistische, dieses Eingreifen permanent, dieses Versuchen es zu kontrollieren, das ablegen. Das wäre Religion. Weil, Frage, in was, wenn ich Sie jetzt frage, in was können Sie Vertrauen haben? In was? Weil Vertrauen, wir dürfen ja kein blindes Vertrauen haben. Weil blindes Vertrauen hatten wir in der Religion. Das war auch berechtigt, solange wir nicht selber denken konnten. Völlig berechtigt. Nur die Zeit ist vorbei. Also, in welche Instanz können Sie Vertrauen? Es geht nicht um eine Instanz im Außen, es geht um mich. Also das Vertrauen in den Körper zum Beispiel, dass er das schon schafft. Vertrauen in Selbstheilungskräfte, Vertrauen in mein Immunsystem. Das kann man immer haben, weil das erleben wir täglich, dass es das tut. Aber wenn ich mit meinem Denken und meinen Gefühlen mein Immunsystem ständig bombardiere und es wieder, mein Körper wieder kaputt mache, dann frage ich ihn, was wollen Sie denn vertrauen? Das heißt, die entscheidende Frage ist, welche Instanz ist es, in die ich wirklich, wirklich vertrauen kann und zwar bewusst gibt es nur eine. Das ist das Denken. Das eigene Denken. Die Kontrolle des eigenen. Ja, die Instanz ist zu erkennen. Das ist das, was wir in unserem Studiengang oder Lehrgang, gibt es ja auch, also auch in einem Videolehrgang, das ist das, was wir hier eigentlich schulen. Das ist der Inhalt von Rudolf Steiner, seiner Erkenntniswissenschaft. Dass wir selber unser Denken beobachten. Dass wir unser Denken ganz gründlich beobachten und feststellen, das ist die Instanz, in die ich vertrauen kann. Es gibt keine andere Instanz. Dass Sie auf dem Wege auch Gott finden, ist ein Nebeneffekt. Weil den entdeckt man dann dahinter. Aber wir fangen nicht damit an, sondern man muss das Denken untersuchen und das ist Erkenntniswissenschaft. Wo kommt meine Gewissheit her? Und dieses Vertrauen, das weiß ich, garantiere ich zu 100 Prozent, das geht nur durch diese Beschäftigung mit meinem eigenen Denken. Ich muss in Dialog auf du und du mit meinem Denken gehen, muss es fragen, untersuchen, beobachten. Und das machen wir in einem einjährigen Studiengang. Dass ich dann rauskomme und ich sehe es an den Studenten, die sagen, ich gehe völlig anders mit dem Leben um. Ich bekomme eine völlig andere Sicherheit, weil ich den Anker in meinem Leben entdeckt habe. Das ist mein Denken in mir. Verliere ich dadurch auch die Angst? Ja. Ganz immer massiver. Weil da finde ich Vertrauen. Und da finde ich auch den Mut, weil ich weiß, ich bin es, der denkt. Ich bin es, der die Wahrheit findet. Und ich muss niemanden glauben. Weder dem Axel Burkhardt noch dem Dalai Lama oder dem Buddha oder dem Steiner. Ich vertraue dem Geist der Wahrheit in mir. Und das ist übrigens Christentum, weil so steht es im Johannesef-Evangelium. Inwieweit steht das zum Beispiel Trauma entgegen? Also ich habe zumindest das Gefühl, dass viele Menschen gerade auch traumatisiert werden durch das, was sie hier erleben. Also funktioniert das für jeden? Naja, jeder, der sich darauf einlässt, zu sagen, ich will mein Leben meistern. Beim Trauma braucht es immer wieder einen Traumatherapeuten. Wenn es schon mal ins Trauma geht, dann brauchen wir gute Begleitung. Dann brauchen wir Traumatherapeuten, die uns helfen, damit umzugehen, mit dem Trauma. Aber sie kommen nur über das Denken. Über das Denken können sie das Trauma auch wiederum überwinden. Aber da braucht es halt eine gute Therapie. Ein Trauma ist halt unbewusst. Ja, aber das Denken wohl, ja, ja. Aber ich habe ja auch das Trauma zugelassen. Weil in meiner Lebenssituation andere sind nicht geschockt dadurch. Es gibt immer zwei Reaktionen, es gibt mehrere. Aber die Krise jetzt kann mich in die Verzweiflung führen, in die Hoffnungslosigkeit. Oder wenn ich dann mich oder meine Studenten jetzt immer mehr anschaue, die sagen, wow, Axel, seit wir das jetzt so denken, es schockt mich nicht mehr. Sondern jetzt verstehe ich das System. Jetzt versuche ich, was daran zu ändern. Auf einmal gehen die in Mut und Kraft. Das heißt nicht das System und Stress ist auch etwas, was immer innerlich erzeugt wird. Eine Krise ist da, aber die Krise kann dazu führen, wie die Chinesen sagen, ich nutze es als Chance und wandle es in eine neue Kraft um. Dann wird die Krise richtig genutzt. Wenn ich mich von ihr platt machen lasse, dann entsteht ein Trauma. Und dann muss ich es hinterher wieder, ich muss es dann wieder heilen. Und deshalb ist auch diese Krise so heilsam, weil es jetzt Menschen aufruft, entscheide dich frei zu werden. Entscheide dich frei zu werden. Aber haben die Menschen das schon verstanden? Nein. Deshalb muss es ja immer mehr Menschen geben, die bereit sind. Aber auch da sehen wir wieder, warum ist die Krise da? Weil wir dann letztens nur durchs Leid lernen. Ich weiß, Sie haben keine Glaskugel, aber dennoch. Was denken Sie, wie lange wird uns das noch begleiten? Schauen Sie optimistisch in die nächsten fünf Jahre? Ja, total. Naja, was heißt optimistisch? Ich weiß, dass erst einmal ganz noch heftige Dinge, also ich bin mir sicher, dass noch ganz heftige Dinge kommen werden. Weil die müssen noch sein, weil wir wachen ja sonst nicht auf. Aber es passieren ja jetzt schon viele positive Reaktionen. Nur ist es ja so, dass das, worüber ich gesprochen habe, diese soziale Dreiglion, das ist die Zukunft. Das wissen wir. Da liegen die Zukunftsansätze. Das heißt, es braucht ein paar Hunderttausend oder ein paar Millionen Menschen, die jetzt das Wissen erst sich aneignen, die anfangen, überhaupt so zu denken. Und das braucht seine Zeit. Und in der Zeit wird halt dieser Organismus weiterhin und durch die Kräfte, die ihn schüren, weiterhin in ein Chaos kommen, damit auch noch mehr Menschen aufwachen. Oder dass wir merken, es reicht immer noch, die Tätig immer noch nicht, was wir tun. Weil sonst, wenn jetzt das nicht weitergehen würde, dann würden wir weiter in die Bequemlichkeit zurückfallen. Wir würden wieder die Komfortzone, hätte man ein bisschen erweitert. Genau, es würde wieder so, man würde weitermachen, wie vorher ist. Das geht nicht. Ein Organismus, ein körperlicher Organismus lässt nicht zu. Wenn ich weiterhin Alkohol trinke und ich habe eine Leberzirrhose oder weiter rauche, dann sagt der Organismus, tut mir leid, ich reagiere drauf, ich kann nicht anders. Und wenn ich es dann nicht kapiere, dann kapiere ich es halt nicht. Das ist im Moment für mich völlig klar auch so, zum Glück. Und es ist ja schwer genug zu verstehen, dass dieses Wissenschaftsdenken der sozialen Dreiglion, dass das Wirklichkeit ist. Das ist keine Theorie und das ist ja ein völlig neues Denken, dass die Menschen auf dem Wege, dass wir begreifen können, wir hängen alle miteinander zusammen. Wir hängen wirklich miteinander zusammen in diesen drei Gliedern. Und was immer wir tun, wir beeinflussen das. Das heißt, wir haben zu lernen, diese Gesetze wahrzunehmen, wissenschaftlich und dann zu sagen, und wie ändern wir das ja dadurch, dass wir Politik und Wirtschaft trennen und das Geistesleben freimachen. Das Programm ist völlig klar. Es gibt ja auch schon mehrere Parteien jetzt in Deutschland, die das im Programm haben, die neuen Parteien, die werden dieses Jahr auftreten. Das heißt, es fängt schon an, gedacht zu werden. Aber das braucht leider wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte und in der Zeit wird es turbulent sein. Herr Burkhardt, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe viel gelernt. Gerne, gern geschehen. Vielen Dank für die Einladung. Danke und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und schauen mal in einem Jahr vielleicht, dass wir uns dann nochmal wieder hier an diesen Tisch setzen und besprechen, wie es weitergegangen ist. Gerne auch schon früher, weil es wird sicher noch einiges Spannendes geschehen. Vielen Dank. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ihr wisst, dieses Projekt Fairtalk ist nur mit eurer Unterstützung möglich. Alle Unterstützungsmöglichkeiten erfahrt ihr hier auch an dieser Stelle verlinkt. Danke Ihnen. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüss. Kurz Nachgefragt